Dieser Schwerlastschrank mit 700 Kilo Tragkraft eignet sich besonders für den rauen Einsatz im Arbeitsalltag in Lager und Werkstätten. Durch den praktischen und ergonomischen Muldengriff lässt sich der Schrank schnell und bequem öffnen. Die Türaufhängung durch außenliegende Scharniere sorgt für einen großen Öffnungswinkel von 180 Grad. Dadurch können Sie uneingeschränkt und bequem auf den Schrankinhalt zugreifen. Die verzinkten Etagenböden lassen sich variabel und flexibel auf Ihre Bedürfnisse Höhen verstellen. Somit finden Ihre Arbeitsgeräte den nötigen Platz. Die Verzinkung der Böden sorgt für Ihre Korrosionsbeständigkeit. Der Dreipunkt-Schließmechanismus versperrt die vordere Tür oben und unten im Korpus und verriegelt die beiden Türen miteinander. Das Zylinderschloss mit Schlüsseln sorgt für den Schutz des Inhalts vor unbefugten Zugriffen. Die stabile Stahlblechkonstruktion mit großen Flügeltüren eignet sich für den täglichen und anspruchsvollen Gebrauch. Der Schrank hält der Beladung von schweren Gegenständen stand. Er wird Ihnen mit drei Jahren Garantie geliefert.